Ich spiele heute mal Eternal Starlight im Garten mit 4 Broomscale-Platz. Dann kann ich das alles schön großen und dann sind die Raumschiffe auch detaillierter. Alles wirkt ein bisschen imposanter. Wollte ich mir mal angucken. So. Continue muss ich gleich machen. Aber ich muss erst mal in die System Settings. Ähm. Type Adjustment. Äh. Das weiß ich jetzt nicht. Ich mache erst mal Musik. Auf. Auf. 50%. Oh. Brightness kann man. Mach ich mal einen höher. Aber zurück. Und Continue. So. Dann sind jetzt hier glaube ich. Die Woche ist zu Ende in 4 Tagen. Dann. Wir haben den Bistianern geholfen und den Fidusen. Dann helfen wir hier auch nochmal den Fidusen. Geld haben wir nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das Großziel. So. Ich lese das gar nicht mehr her. Die Missionen ja schon mittlerweile. Jetzt bin ich nicht groß. Das muss ich beschützen. So groß geht es dann auch nicht. Also. Wir haben hier jetzt schon Marcel. Moin. Wo kann ich jetzt gehen? Aaaaaaah. Häääää. Noh. Noh. Muss ich das doch au 궁금n? Noh. Trotzdem kann ich hier besser rumlaufen. die 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 Ich muss hier ein bisschen in Bewegung bleiben. Ich mach mal die andere Seite. Ja. Es war einfach. Ich mach mal sonst noch kaputt. Okay. Ein Infopedia-Engine. Ist mir egal. Nuke. Kann man uns nicht leisten. Warte mal. Nuke schon. 50 verkaufen. Wir müssen erstmal wieder was reparieren. Okay. Der Rest ist Heide. Okay. Terraner. Ich befehle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Google-Service. Kann man gebrauchen. Du, der schreibtisch nicht mal erhöhen. Aber kann man abgeben. Schick's rein. Was ist das hier kaputt? Ja. Völlig beliebliche Seite. Mit den Kanonen. Ich bin der Schicksal. Ich bin der Schicksal. Ich bin der Schicksal. Ich bin der Schicksal. Ich habe das hier kaputt. Der Schicksal. Wir haben ihn geholfen, aber das ist uns gut. Es wird möglich, dass er nicht beschützt wird. Das war das. Ich habe Wollstzierbärbe. Ich habe einen drucken Schiep. Jetzt spring ich mal und überrasche die hier. 5-7-6 Sekunden. Ja, schon. Clear. So können wir weiter. Echt cooles Spiel. So war jetzt kaputt. Hatte ich mich schon geärgert. Jetzt können wir weiter spielen. Das lag am 120Hz Modus. Alles reparieren. Ist alles heile. Store. Wo ist mein Store? Okay. Wenn ich nichts reparieren muss, kann ich auch. Ach, ich habe nur 220. Okay. Was haben wir hier? Ne. YouTube. Den können wir da noch machen. Ja. 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 Ästeroidenbomben. Das ist einfach. Ja. Das kann man auch mal schlimm groß machen. Wobei ich bin. nicht mehr. Ja. 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 Da wieder hin. Alles was. Zier. Nix drin. Ja. Der ist aber bitzlich. Ne. Den hätten sie anders machen können. Ämp snippenz três. Da könnte jemand übern questioned. What the fuck? Mein Weapon ist bereit. Das ist wieder mit dem Eisen, Astrid. Das kriegen wir nicht kaputt. Oho. Oho. Schilddrohnen? Hm. Für mich ist das für bail. Jakob geht es nicht? Ich mache mich fertig. Ich habe es damit zu verberen. Ich mache mich so. Wenn ich um die Flamme will, Ich mache mich so. Die Flamme seht um, Weapon ist bereit. Ich kann es auch anhalten. So, größer geht es nicht. Ein Schild ohne. Oh, Schiff. Danke, Gif. Danke, Gif. Danke, Gif. Guck mal, haben wir richtig Geld? Schiff ist komplett Heide. Guck mal. Equip mode. Okay, können wir jetzt zachtfragen? Nachschalten. Nuke. Ja. Okay, mehr Geld können wir nicht kaufen. Es geht um die 7 Missionen. Okay. Einen Tag haben wir noch. Einen Turn. Wenn wir die jetzt machen, helfen wir uns. Bei wöchentlichem Bosskampf. Okay. Receiving Transmission. Okay. Okay. Bäh. Okay, wir müssen den Verwaredangan. Bäh. Okay, wir müssen den Verwarten aufbauen. ... eine Krass. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Er ist auch nicht viel anders als im Sitzen. Nochmal. Plus 1 für alle Flagship-Upgrades. Na gut, mit 20 gibt es die nächste Belohnung. Ah, noch mal. Vorsprung. Receiving Transmission. Time is short. Receiving Transmission. Receiving Transmission. Receiving Transmission. Receiving Transmission. Receiving Transmission. Wir müssen mal hinkaufen. Haben aber wieder wenig Geld. Komm, ob wir hier auch noch einen Cooldown-Mod. Kippt! 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 Bist ja einer, die Probe unten. Da sitzt ja einer. Oh, was ist ja? Krass. Receiving transmission. Kippt! Schau! Vorbeifliegen. Mal scannen. Tränen. 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 Es geht. Schönen die Triebungen geschehen. System ready. Main weapon is ready. Parking is ready. Kann ich noch etwas rein tun? Cooler. ... also immer... ... ne... ... gegen den Rutzweiger sind... ... ja... Ich versuche jetzt eine Seite stark aufzurüsten und die andere zu vernachlässigen, um in einer Richtung zu kreisen. Ich versuche jetzt eine Seite stark aufzurüsten, um in einer Richtung zu kreisen, um in einer Richtung zu kreisen. Ich versuche jetzt eine Richtung zu kreisen, um in einer Richtung zu kreisen, um in einer Richtung zu kreisen. Ich versuche jetzt eine Richtung zu kreisen, um in einer Richtung zu kreisen. Die Leader ist bereit. System ready. Die ist schon wieder geschafft? Jo. Ach, den hätte ich noch mitnehmen können. Shit. Der gibt's ja. Erstmal genug Geld. Freischalten. Selbekanone. Doch. Guck mal, die Zweischalten noch keine Waffe haben für den Slot. Mach ich die Mission von denen noch? Ja, dann kenn ich nicht. Ich bin besser, wenn ich weiß, was zu tun ist. Tun wir schuld. Receiving Transmission. Die Reihe. Die Reihe. Ohi. Was hab ich getan? Fuck, was ist denn das denn? Naja, dann beende ich das hier mal. Habe ich jetzt die Galaxie da in die Luft bejahtet im Rennen? Hm, ist ja doof. Rennen doch mal aus. Das Schiff sieht ja cool aus. Hm, das sehe ich ja. Griefen, was ist denn das? Hm. Okay, tschau. Ja. Ja.